Ein Berner namens Edith Zahn fuhr auf der deutschen Autobahn. Er fuhr und fuhr die längste Zeit mit bernischer Geschwindigkeit. Um sechs Uhr früh war er gestartet und hatte eigentlich erwartet, um 19 Uhr ans Ziel zu kommen. Doch dieser Wunsch schien nichts zu frommen. Da sprach er «Geht euch das noch lang?» Sonst schalte ich in den zweiten Gang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017